Ex-GZ-SZ-Schauspielerin Susan Sideropoulos sah schon immer gut aus. Doch so fit wie jetzt war die 39-Jährige wohl noch nie. Auf Instagram verrät sie ihren Followern ihr Geheimnis für ihre schlanke, sportliche Figur, und das hat nichts mit einer Diät zu tun. In ihrer Instagram-Story gibt sie zu, dass sie sich heute viel mehr Gedanken über das Essen macht. Heute ess ich viel intuitiver, erklärt sie. Auch beim Thema Sport lässt sie sich nicht unter Druck setzen. Wenn sie es schafft, geht sie zweimal die Woche zu einer Sportgruppe. Aber vor allem der Alltag mit ihren zwei Söhnen Joel und Liam hält die Zweifach-Mama fit. Zusammen gehen sie viel spazieren oder auch Fahrradfahren. Ich bin einfach viel aktiver geworden, so Susan. Außerdem steigt sie nicht mehr so oft in den Fahrstuhl, sondern nutzt die Treppe, um sich fit zu halten. Mit ihrem Mann ist sie bereits seit 25 Jahren zusammen und ihre 9- und 10-jährigen Söhne halten sie ganz schön auf Trab. Und das spiegelt sich auch in ihrer Superfigur wieder.